Jetzt kommt Claude Hebbenau, der beste Zauberer, der sich heute in diesem Geräusch befindet. Hallo, seid ihr noch eine da? Ich kann mich gar nicht hören, seid ihr noch eine da? Ja! Ganz große Zauberer und den habe ich noch mitgebracht. Ein riesiges Super! Den Zauberer, ganz große Zauberer, da drauf und ganz große Zauberer rein. So! Oh, das war so gut. Oh, das ist keine Ahnung, sind Sie? Oh, das ist schon eine Ahnung, Zungekladen? Oh! Oh! Oh, das ist ja? Ja! Oh, das ist ja! Ja! Auf die Worte! 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 Es ist eine Worte! Ja! Okay, Alter, wir haben jetzt hier Grün, Gelb und da ist Rot! Ja? Wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es? Diese roten Welle! Die huren auf, diese beiden Welle zu spielen! Wow! Was habt ihr denn gemacht? Ein Appel! Ein Ries! 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 Eine ins Ries! Ein Ries! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017